Der Herr der Religion Grüezi miteinander, Rabbinant Tobia Ben-Khorin aus Berlin. Ich kenne viele von euch, die heute sich versammelt haben für das Haus der Religionen. Ein Gedanke von Berlin nach Bern und wir hoffen in die ganze Welt, den Namen. Ich bin Imam Kadir Sandir. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und gutes Gelingen in diesem Projekt, in eurem Projekt, den die Welt braucht. Ich bin Gregor Hohberg, Pfarrer im House of One aus Berlin. Wir fühlen uns mit Bern und anderen Projekten im Gebet verbunden und wünschen Gottes Segen. Der Frieden Gottes sei mit euch allen. Assalamu alaikum. Adonai ima chem. Gott ist mit euch. Gott ist mit euch.